hallo es ist das falsche modul hallo und herzlich willkommen zurück zu einer folge von let's play create above and beyond und heute möchte ich gerne die kolle hier drüben die wir hier schon haben würde ich jetzt gerne noch mal nach hier rüber kopieren um dann kugeln zu malen um dann aus den großen kugeln für die kleine kugel zu machen damit diese kleinen kugeln dann entfernt werden und entsprechend dann hier drinnen laden um dann in einen blocker kraft zu werden wir nehmen also blöcke und stöcke machen die rund machen die rund und klein machen die rund und ja machen die ja machen die rund und klein machen die rund und klein und farbig verdoppeln die rund und dann farbig machen die rund klein und farbig zu vier farben und machen dann die vier farben zu einer farbe wieder und Und machen dann rund eine Farbe, zu eckig eine Farbe. Klar soweit? Gut, schön, dass wir auf derselben Wellenlänge sind hier. Ich könnte mal ganz kurz mein Kristall bitte wiederholen für die XP. Sollte ich mich nicht mit mir rumschleppen tatsächlich. Weil ich neige zu Todesanfällen. Anyway. Problem ist halt, es muss halt jetzt irgendwie noch klappen. Ja, ich hab's jetzt mal so gebaut gehabt und das war halt eben zu eng und das sah halt scheiß aus. Deswegen müssen wir das Ganze mal ein bisschen anders regeln. Und zwar so, dass es dann auch wieder schick aussieht. Nicht? Ja, denke ich mal auch. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Musik zu laut? Ne, ne? Sollte okay sein. Ey, dann los. Zack. Und zack. Wir werden vermutlich also mal die Energie von hier abziehen. Von dem Gerät. Und ziehen sie dann hier rüber. Das sind das Ganze dann zwei zurück. Machen dann da eine Gearbox rein und drehen es einmal um. Sodass wir dann die Energie dann hier drüben haben. Und zwar längs. In einem Gestänge. So. Okay. Ich brauch die Schaft. Können wir ein paar mehr machen. Dann haben wir das Ondesit. Die Alois. Und machen daraus mal nochmal ein paar Schafte. So. Okay. Dann geht der da ran. Der da rüber. Und dann erstmal bis dort hin. Hier bei der Gearbox. Okay. Und dann haben wir jetzt hier an der Stelle den Anschluss. Für unsere Räder. Einmal dort. Ne. Ne. Noch ein Stück weiter zurück. Ich möchte gerne, dass hier der Output ist an der Stelle. Das heißt, hier muss die Gearbox her. Hier dann das erste, das erste Zahnrad. Ja. Hier das erste und dann da das nächste. Und der kann dann direkt den da antreiben. Da kommt es dann raus. Hätten wir hier schon mal dann. Den in die richtige Richtung. Das passt. Den dann hoch mit einem kleinen Zahnrad. Okay. 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 Das können wir zumachen. Hier drauf kommt jetzt ein Rad. Dadurch kommt jetzt ein Rad. So und so. Können wir das nochmal direkt dann hier weiterlegen. Und nochmal eine Gearbox bitte. Zack. Gearboxe. Da drauf. Und dann hier hin. Ebenmal sind mit einem kleinen. Oh, warte mal. Muss man ein Stück weiter raus. So. Dann mit dem kleinen Zahnrad jetzt raus. Und dann mit dem großen Zahnrad da ran. Und wetten. Wetten, 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 wetten. Äh, scheiße. Nicht Goggles, sondern Cogwheels. Danke. So. Und hab. Sie könnten ja sogar. Warte mal. So. Ich hab da grad'n Plan. Also. Gearbox. Dorthin. Und dorthin. Nein, das war falsch. Dorthin. Und dann ein Shaft. Hier dran. So. Dann dreht's trotzdem noch richtig rum. Du dann dort. Und jetzt mit einem Chain Drive. Die ziehen jetzt. Die drehen's beide verkehrt rum. Okay. Ja. Müssen also einmal umdrehen. Ja, warte mal. Jetzt drehen die so rum. Und jetzt mit dem... Ach nee, wir wollen ja mit dem kleinen Zahnrad. Wir brauchen nur das kleine Zahnrad, damit das große Zahnrad mehr Schwung bekommt. Richtig. Wir müssen's also rausziehen. Das war grad'n mein Fehler. So. Wir müssen's rausziehen. Das geht gar nicht anders. Äh, falschrum. Der muss weg. Da nochmal Gearbox hin. Denn wir wollen ja volle Geschwindigkeit haben auf den Zahnrädern. Auf den... Auf den Geräten. Erst so muss das schon sein. Und dann mit den kleinen Zahnrädern da hoch. Normales Chain Drive würde halt nicht ausreichend sein. Und wie ich mach's gerade komplett verkehrt rum. Da muss ja ein großes Zahnrad drauf, das dann das kleine antreibt. So rum war's. So, zack und zack. Und jetzt das große... Jetzt das große Zahnrad, dann da ran. Okay. Äh... Jetzt die Frage, müssen da jetzt zwei Zahnräder hin oder müssen da jetzt zwei... Ich muss jetzt ein Chain Drive hin. Wir gucken mal. Das ist gerade verkehrt rum. Also hier muss ich auf jeden Fall ein Chain Drive hin. In dem Fall. Okay. Das wäre natürlich schön, wenn das mit dem anderen auch klappt dann. Äh, dann wollen wir ganz kurz die Chain Drives. Haben wir nicht. Chain. Chain Drive, dankeschön. So. Hopps. So, der dreht schon mal richtig rum. Cool. Dann... Den da weg. Und... Das war nix. Okay. Die drehen richtig rum. Das ist super. Das ist ausgezeichnet. Dann einmal ein Dings dorthin. Und ein Belt. Nach... Okay. Von hier nach dort. Dann der nehme ich auch wieder weg hier. Und damit sind wir eigentlich schon so weit, dass wir eine vernünftige Verbreitung der Power haben. Und dann... Okay. 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 Hier kommt dann jetzt dann ein Beryl hin. Und... Kein Glück. Na gut. Nächstes... Nächstes Mal. Ganz bestimmt. Und ein Funnel. Zack. Der das Zeug dann aufnimmt. So. Okay. Der kann da weg. Und dann brauchen wir jetzt die Pipes wieder. Die sind dann da rangehen und das Zeug durchziehen. Wir könnten sie so unten links legen, aber das sieht glaube ich kacke aus, oder? Aber da könnte man zumindest wenigstens durchlaufen. Das wäre halt schön. Also nur deswegen doof, auf jeden Fall drüberlaufen dann. Man könnte es dann abdecken mit... Ähm... Das ist dann Fassaden? Das geht wahrscheinlich nicht... Ja, okay. Was war denn das jetzt? Fassaden gehen vermutlich nicht, denke ich mal. Ja, das geht nicht. Können Sie mit Schütteln Bits arbeiten dann in dem Fall. Das könnte es dann schöner machen. Okay. Der kann weg an der Stelle. Den brauchen wir nicht mehr. Ja. Müssen wir da irgendwie mal verkleiden dann, dass es halt nochmal halbwegs schick aussieht. Irgendwie. Keine Ahnung. Man könnte es auch komplett drunter legen. Das wäre eine Option. Das würde es komplett drunter legen nochmal. Die Länge spielt jetzt keine so große Rolle. Ähm... Hm, 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 hm. Okay, drunter packen wird schwierig. Wo ist denn hier der Rand da? Okay. Das geht. Bob und Bob. Dann einmal den Bob da ran. Und Bobdi Bob. Das war falsch gebobbt. Okay. Und wieder raus. So, schlafen gehe wieder. Gute Nacht. Das mal ankaffieren. So. Äh, wir sollten uns auch vielleicht mal drum kümmern, dass wir da das Loch zu machen. Das war nicht versehen, die reinhüpfen dann. Denn wir müssen da auch später ran, um die ganzen Schläuche anzustellen. Aber darum kümmere ich mich dann gleich. Aka später. Aka keine Ahnung wann. Äh, zack. Können wir da zumachen, zumachen. Und hier können wir jetzt hier nämlich auch wieder zumachen. Und dann sieht das gar nicht mal so scheiße aus. Süße Woll. Gucke an. Okay. Zeug geht rein, geht runter. Durch die Dinger hier rein. Wird, werden angefordert. Und jetzt müssen wir hier entsprechend dann die vier Anforderungsmodule machen. Das heißt, die fragen nach. Hey, ich hätte gerne neue Zeug. Mach mal. Äh, bevor wir das tun, erstmal nochmal ganz kurz hier dann die Shoot auch oben drauf packen. Wenn ich noch eine da habe. Genau. Die Shoot und nochmal das Barrel dann oben drauf. Danke. Äh, kurz gucken. Nee, nix dran. Na gut. Versuch war es wert. Und. Ops. So. Na, da können wir jetzt auch ein Droh drauf packen, tatsächlich. Ja, da packen wir mal ein Droh drauf. Droh. Ich kann mehr. Äh, brauche ich einen Trim. Rüm. Rüm dich fit. Da haben wir es. Beziehungsweise. Wir könnten ja rein theoretisch. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt direkt oben drauf den Dings packen. Das heißt, da eine Smart Shoot hin machen. Und dann oben drauf den Stampfer. Dass dann das gestampft und gleich durch wird. Das können wir ja kombinieren. Das wäre, glaube ich, gar keine so doofi Idee. Wir brauchen also eine Smart Shoot. Was, was da gerade passiert ist. Da haben wir nur eine normale. Ich brauche aber eine Smart Shoot. Denn da soll hier das Zeug durch. So, das haben wir. Die hier drauf. Dann darauf ein Bessing. Das Bessing. Und da drauf dann den Stampfer. Äh, Press. Nee. Doch. Die Mechanical Press. Habe ich da noch ein Über? Wahrscheinlich nicht, oder? Habe ich nicht. So, die Präse braucht Eisen und Andesitmaschine. Okay. Kriegen wir hin. Andesitmaschine. Zack. Alle hops. Und dann einmal umwandeln zu einer Präse. Okay. Die muss dann logischweise noch angetrieben werden. von irgendwas. Aber da können wir dann hier direkt. Von den Dingern das abziehen. Von den. Von den Zahnrädern. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und dann einmal. Aber die drehen natürlich jetzt die verkehrte Richtung, oder? Ja. Wenn ich jetzt da das Fisch und packe, dann platzen die weg. Genau. Das geht nicht. Muss man sich für eine Seite entscheiden. Dann. Hui. Äh. Machen wir das so. Huch. Okay. Stampfer. Dann brauchen wir hier dann logischweise den Hopper für die Farbe. den Hopper für die Farbe. Und einen Hopper für die Inputs. Auch wieder über Barrels dann am besten. Äh. Über Drohr. Machen wir gleich mal ein paar Trims, bitte. Rüm. Die ist fit. So. Zack. Die Trims wandeln wir jetzt oben in Drohr. Hi. Wie geht's dir? Und dann. Packen wir die da mit drauf. Hast du was Tolles dabei, oder? Nur Blödsinn. Nur Blödsinn. So. Also. Zwei. Oh. Ich hatte auch noch Drohr da. Na gut. Da Drohr. Da Drohr. Und. So. Hier kommen jetzt rein die Farbe. Da hatten wir das Pink. Wie gesagt. Machen wir da rein. Und. Auf die ganze Seite kommen dann die. Andesid-Dinger. So. Die gehen dann rein. Werden zerstampft. Fallen runter. Werden gemahlen. Fallen in die Kiste. Werden von dort aus dann. Oder in das Barrel. Wir können auch ein Drohr machen. Okay. Das ist dann halt übersichtlicher. Da musst du nicht ständig reingucken. Und siehst von außen direkt. Wie es ausgeht. Am besten nachher mit dem Quantify-Key. Dass du halt eben auch siehst. Was da wirklich abgeht. Haben wir eigentlich schon den Quantify? Haben wir noch nicht. Was kostet der Quantify-Key? Äh. Wie ich das hier noch nicht habe. Okay. Machen wir nochmal ganz kurz nochmal einen normalen Key. Erstmal nochmal. Ups. Okay. Ich sehe schon. Nochmal ein Trim. Upgrade-Templates. So. Jetzt bitte. Den Schlüssel. Ein Book & Quill. Zack. Und einen Quantify-Schlüssel. Dankeschön. So. Dann lassen wir hier ein bisschen quantifizieren. Und abschließen. Zack. Der war schon zu. Quantify. Quantify. Den machen wir dann auch zu einem Drawer. Der wird dann ebenfalls abgeschlossen und quantifiziert. Ebenfalls abgeschlossen und quantifiziert. Das bauen wir eh nochmal um. Das sind wir eh nicht. Und das ist eh kein Dings. Eh kein Dings. Achso. Warte mal. Nee. Ich wollte ja hier einen Barrel haben, dass ich das abfall... Nee. Das Barrel hatten wir da hinten. Genau. Das Barrel hatten wir hier. Das ist ja quasi dann so von wegen, schau mal ab, weil du bist voll. Das heißt, hier ist... Genau. Hier ziehen wir dann den... Das hat es uns genau ab. Von dem Ding jetzt. Denn das ist ja, was wir haben wollen. Genau. Ähm. Cool. Dann mal hier noch. 200. Oh, du bist voll, ne? Der ist voll, der Kollege. Oh, warte mal. Da müssen wir mal ganz schnell ein bisschen aufräumen hier, dass da auch das Zeug los wird. So. Zack. Äh. Wie sieht es hier aus? Quantifizieren. Da ist noch Luft, ne? Da ist noch ein bisschen Luft. Nicht viel, aber ein bisschen. Äh. Okay. Das können wir erstmal lassen. Das können wir lassen. Hier. Zack. 2008. Der ist voll. Der ist noch Luft. Da ist noch Luft. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt wollte ich mich nicht ablenken lassen, sondern... Genau, wir brauchen jetzt mal die Dinge, die wir da reinmachen können. Wo schon mal da sind. Komm, machen wir mal ganz kurz hier. So, jetzt auch. Schlüssel weg. Droher weg. Und... Dann hatten wir hier jetzt die pinke Farbe und dann... genau. Inktae und das sind die fertigen, die da rauskommen. Okay. Blast von... Also, das war für... Fürs Inva, ne? Genau. Da hatte ich was Inva mit dazu gepackt. Ähm... Also, dem Smart-Shoot sagen wir jetzt, zieh bitte nur die fertigen Dinger raus. So. Muss ich dann irgendwie da reinkriegen, jetzt den Spaß. Ja, das klappt natürlich nicht. Dann kann ich hier wieder reinpacken und dann fallen die durch. Ja, Problem ist, die fallen jetzt gerade in alle Symmetra. Das ist weniger geil. Ja. Der Sparrel bringt hier ja auch gar nichts. Ich bin ja ein Vollidiot. Das Sparrel ist ja völlig sinnfrei. Die kommen aber da rausgeküpt. Das ist ja merkwürdig. Ähm... Da muss jetzt logischerweise ein normales Sparrel hin. Ach, da können auch Dings rauskommen. Oh. Aber das ist ein Problem. Da können auch die normalen Magenta-Bowls rauskommen. Das ist ein Problem. Das hatte ich vergessen. Shit. Wir brauchen dringend das größere Barrel tatsächlich. Also nochmal Kobalt. Und ein normales Barrel zusammen gemischt. Ich hatte vergessen, dass da auch Magenta rauskommen kann. Das heißt, das Magenta müssen wir dann irgendwie direkt rüber schicken. Okay. 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 Nicht, was ich wollte. Ach, du warst voll. Ähm... Und wir können es hier oben lenkt legen. Dann macht es einen guten Abschluss. Nicht unbedingt perfekt, aber was willst du machen? Okay. Piepels. Piepels, piepels, piepels. Das ist ja eh auch die seltenste Variante. Von daher sollte da nicht allzu viel bei rumkommen. Man, der kommt ja. Nee, den brauchen wir nicht. Da können wir hier direkt das runterleiten. Das brauchen wir dann nicht an der Stelle. So. Jetzt brauchen wir fünf Module. Also nochmal Brassmaschine. Eine. Und dann müssten wir die... Kurz müssen wir es ein Reis essen. Ne, muss mal Reis. Reis. Hunger. 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 Jetzt Brassmaschine. Oh, hätte ich noch einer? Egal. Umwandeln zu den Brassmodulen. Diese Brassmodule jetzt umwandeln zu Extraction-Modulen. Und zwar fünf Stück an der Zahl. Zack. Zack. Okay. Dann darfst du weg und du wieder weg. Und jetzt gehen die Module da rein. Jeweils in die Anschlüsse. Und jedes Fort hat dann quasi ein eigenes... Eine eigene Kugel an. So. Noch das andere Barrel dazu am besten. Danke. Also du forderst bitte an, die... Und wir werden gleich immer nochmal eine Shoot und ein Funnel brauchen. Denn das Ding wird wieder mal irgendwo hin marschieren, nur nicht da wo es hin soll. Dann machen wir das gleich mit fertig. Jetzt selber probieren wir hier. Nochmal einen da dran. Und dann eine Shoot mit dazu. Danke. Und die dann auf Input gestellt. Okay. Wenn ich jetzt da oben jetzt den Ball rein packe. Was war jetzt da der Plan? Wenn ich da jetzt nochmal so ein Ball rein packe. Okay. Das klappt jetzt. Dann landen die auch alle hier wunderbar drinnen. So. Jetzt soll er die Dinge anfordern. Machen wir die ganzen... Die Dinge auch mal welche hier. So. Oh boy. Das geht viel zu schnell. Oh boy. Da wird uns einiges entgegenkommen. Also. Äh. Blau. Yelp. Green. So rum, ne? Und Mayenta. Die 5. So. Du mein Freund. Fordest bitte an. Die roten Bälle. Du mein Freund. Fordest bitte an. Die gelben Bälle. Du mein Freund. Fordest bitte an. Die grünen Bälle. Und deine Aufgabe würde es sein. Die blauen Bälle anzufordern. So. Und als finaler Schluss. Was hast du denn hier? Äh. Und als finaler Aufgabe. Kommst dann du. Und holst dir die Magenta. Bälle direkt raus. Nein. Das ist ja falsch. Das ist ja falsch an der Stelle. Denn. Die Magenta. Bälle. Müssen ja in die. Hier drüben rein. Den Kollegen. Okay. Oh. Wir leiten direkt in die Fabrik. In die Geschichte rein. Das geht ja auch, ne? Jawohl. Da kommt das ständig durcheinander mit Anforderern. Aber wir müssten die sowieso. Daneben gefallen. Und die fordern irgendwie nichts an. Okay. Schwierig. Ja, das bringt ja nix. Da muss ja ein Anasid-Fundel hin. Warte mal. Machen wir das doch so. Zack. Ich bin ja ein Depp. So. Den da hin. Dann gehen da es mich an die Magenta-Bälle rein. Key. Quantify. Neu. So. Zack. Und. Mann. Wenn du mehr weiter mit der Gegner in der Geschichte rumläufst, dann fliegst du gleich da runter, mein Freund. Okay. Dann fallen die Bälle dann da raus und gehen dann direkt da rein. Dann kommt jetzt hier das Anforderungsmodul. Und du forderst bitte an die Magenta-Bälle. So. Und dann brauchen wir nochmal den Funnel. Damit die unter rausfallen können. Genau. Zack. Okay. Und dann geht es direkt da rein und fertig. So. Okay. Passt das hier? Das müsste, glaube ich, noch passen. Ja, das müsste, glaube ich, noch gehen. Die Frage ist jetzt nur, warum forderst du nichts an? Ah. Ist da was drin? Ne, ne? Da ist nix drin, da. Hallo? Ah, es ist das falsche Modul. Es ist das falsche Modul. Das Extraktion-Modul holt das Zeug raus. Ich will es aber anfordern. Und da bräuchte logischerweise dann das Retrieval-Modul. Die Step. Okay. Dann kann das ja auch nischt werden. Also. Nochmal die Farben. Da, 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 da. Also Retrieval-Modul. Rot. Und dann den raus. Und Retrieval-Modul. Gelb. Da. Und. Da. Ja. Du forderst jetzt bitte gelb an. Jawohl. Da geht's los. Da kommen Sachen raus und gehen dann da rein. Cool, 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 cool. Äh. Den raus. Wie sind jetzt alle falsch gestellt? So, jetzt decken die auch wieder. Und dann einmal Retrieval-Grün. Und den raus. Retrieval-Blau. Und hier dann den letzten. Retrieval-Magenta. So. Jetzt sollten die Kugeln hier alle mal, jawohl, alle mal daraus verschwinden. Weil die halt von den Drohern angefordert werden. Genau. Und aus den Drohern gehen die dann raus. Wandern hier drüber und bleiben dann genauso. Bis die halt eben angedrehen werden von dem Spaß hier. Natürlich genau da jetzt das Ding im Weg. Wir können natürlich, warte mal, wir können natürlich das Modul nochmal wegnehmen. Und stattdessen das da drauf packen. Wir dürfen nur nicht vergessen, das da abzutrainieren. Sonst haben wir gleich ein Problem. Das connectet sich zum Falschen und willst dann in den Falschen reinpumpen. Das will natürlich nicht. Genau. So. Gehen wir wieder rein. Der Ding passt noch. Gut. Das wäre es jetzt eigentlich schon fast. Wir bräuchten es nur noch. Ach nee, warte mal. Äh. Das ist sowieso Blödsinn. Weil der, wenn denn darüber eingetrieben werden müsste. Ja, wir tremen den dann hier rüber an und fertig. Äh. Ach nee. Doch, genau. Ja, doch. Das ist richtig. Also wir müssen jetzt hier nochmal das Ding anklemmen. Hier drüben die Power wegnehmen. Die war ja hier, ne? Genau. So. Schäfte. So, haben wir dort längs. Ach, das ist ja wieder ein Weg hier, ne? Alter, ich hau ihn gleich. Ich hau ihn gleich wieder. So. Zack, zack. Dann. Gearboxen wieder. Das Gearboxen. Eins. Wird nicht reichen. Wurde noch zwei, drei wahrscheinlich. So, der dreht jetzt so rum. Den müssen wir jetzt nochmal umdrehen und hochlegen. Warte mal, wenn der jetzt so rumdreht. Das ist, wenn ich jetzt einen Chain Drive mache. Und den um 90 Grad drehe. Das wisst ihr auch gerne, ne? Ich frage es nur, dreht er dann richtig oder nicht? Wenn der nicht richtig dreht, dann ist es eh verkehrt. Das passt. Okay. Perfekt. Und das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay. Das sammelt sich da. Das könnte ein bisschen schneller sein hier. Und wir haben Platz, ne? Okay, eventuell müssen wir dann nochmal eine Beschleunigung reinpacken, dann. Wir könnten hier das Encased machen. Warte mal. Das bessere Chain Drive. Das war das mit dem Rettstum für mehr Power, ne? Genau. Dann los. Chain Drive. Da habe ich noch zwei über. Dann können wir das nämlich noch ein bisschen beschleunigen gleich. So. Einen Lever. Und dann gibt er noch ein bisschen mehr Saft. A.K.A. Doppel so viel. Ah, Mist. Der muss ja... Mein Fehler. Damit er mehr Saft gibt, muss der unten angebracht werden. Also von da drunten dann wahrscheinlich. Okay. Und jetzt, äh, jetzt pumpt der noch ein bisschen schneller. Äh, die können nicht weiter, weil da gerade auf alles voll ist. Okay. Aber wir haben jetzt zumindest die Produktion schon mal so weit, dass das klappt. Wenn ich jetzt die hier rausnehme, zum Beispiel. So, eine Handvoll. Die oben reinpacke in die Barrels. Ach, stacken die überhaupt? Natürlich stacken die nicht, ne? Natürlich stacken die nicht, weil das ja... Ach, das ist ja wieder Kacke. Ist das ja... Das ist doch wieder... Weil das ja individuelle Dinger sind. Das geht also dann in dem Fall dann nicht. Also da muss auch wieder auch ein Bärrel drauf. Aber zumindest klappt das schon mal. Und das... Oh, wow. Okay. Das geht jetzt sogar überraschend schnell. Müssten natürlich ein paar Magenta-Dinge ankommen noch, oder? Die Chance ist echt so gering. Scheint wohl so. Egal. Die Folge wird auf jeden Fall viel zu lang gerade. Da kommt einer. Das geht jetzt auch schnell genug. Das ist mir jetzt auch tatsächlich schnell genug in dem Fall. Cool, 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 cool. Also. Das haben wir jetzt fertig. Das nächste Mal muss man nur noch unten die Grütze absaugen. und runterleiten und abfließen lassen. Und dann haben wir den Aufbau semi-automatisiert. Danach müssen wir alles noch ein bisschen kombinieren. Aber dann haben wir es. Dann ist das eigentlich im Grunde fertig. Was ein Akt, oder? Ha! Das soll es für die Folge gewesen sein. Wie möglich, wenn es dir gefallen hat. Gerne mit subsriben. Upsa. Gerne mit subsriben. Oh, links ist der Wiesling. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge. Wieder bis dahin. Tschüss, tschüss.